Doppel-Druck-Reis, ganz klar! Nächster Gang, Malle 1, 5,81 die Jungen, 26 Kilogramm, schädlich den Übungen, Paul Schreiber, Power RSV, er legt mir als Opfer, dass er den Kassi liebt hat, 10 Kilogramm. Ja! Okay, was anderes! Nicht man, den ist leber! Tee, beweglich! Rechts-Links! Deiner boilers! Haut hieruer! Haut hier sucedИen! Jey, rechts, links! Hoch! Nächster Kampf hatte 2, Kampf Nr. 82. Hüfte! Jungs-Aktoren-Jugendkampf Albrecht gegen Ostland der UZSG für den Beistandeshausen. Schee beweglich, verdammt! Schieb, schieb! Hinten ran! Hinten ran! J, weiter! Jus, alles! J, wach! J, weiter! J, kauf! J, kauf! J, kauf! Hinten ran! J, was anderes! J! Was? Was ist denn? Da waren wir da. Wer ist denn? Rechts-Klaßaufgabe 3, Kampfsnummer 83 gegen Jürgen 50 gegen Kielung. Jetzt hat es bei Essie VfL Fagen gegen Ragnar Hoffmann 1. SV Pension. Fehlte Kraft!